Endlich wirken Charlene von Monaco und ihr Gatte Fürst Albert wieder glücklich miteinander. Nach langer Zeit voller Spekulationen über eine Ehekrise wollen sie nun scheinbar an ihrer Liebe festhalten. Es hat lange gedauert. Wochen, Monate. Doch nun endlich wurde Fürstin Charlene klar, was sie wirklich will, einen Neuanfang. Gemeinsam mit Fürst Albert will sie ihre Ehe retten. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wirkt das Paar nun wieder glücklich miteinander. Das war zu lange nicht der Fall. Fürstin Charlene und Fürst Albert kämpfen sich als Paar zurück. Erst steckte Charlene über Monate in Südafrika fest, dann musste sie in eine Klinik in die Schweiz, um sich von einem Zustand körperlicher und mentaler Erschöpfung zu erholen. So nannte es ihr Ehemann Fürst Albert. Als sie dann zurück nach Monaco kam, gab es immer wieder neue Dramen. Viele davon um ihre Nebenbüllerin Nicole Kost, Alberts ehemalige Geliebte. Charlene zog sie sich immer mehr zurück, absolvierte nur noch wenige Termine. Doch nun hat sich schließlich alles wieder zum Guten gewandt. Es scheint eine große Aussprache zwischen dem Paar gegeben zu haben. Wie es heißt, haben sie einen Weg gefunden, wie beide Partner mit dieser Ehe glücklich sein können. Charlene will künftig ihre Aufgaben als Fürstin voll erfüllen und mehr Termine wahrnehmen. Ebenso will sie endgültig ihr schlechtes Französisch verbessern. Im Gegenzug verspricht Albert seiner Frau mehr Freiraum, mehr Zeit für sich, und ist damit einverstanden, dass sie in regelmäßigen Abständen in ihre geliebte Heimat Südafrika reist. Gerade neulich erst war die Fürstin wieder dort. Und weil sie nicht nur das Fürsten, sondern auch ein Liebesbar sind, werden Charlene und Albert sich künftig immer mal wieder kleine Auszeiten zu zweit nehmen. Einfach wertvolle Momente gemeinsam verbringen, zum Beispiel bei einem romantischen Abendessen in einem schicken Restaurant. Vor Jahren schon haben sie das Norbo-Restaurant in Monte Carlo für sich entdeckt. Feinste Küche, wunderschöne Aussicht, hier kann das Paar sicher all die Dramen hinter sich lassen und einfach den Moment genießen.